Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 2! Äh, wir sind auf dem Weg nach Musidia Da sind wir, okay Das heißt, Musidia liegt da unten Aber vorher lauern uns ein paar Hirnis auf und die wollen verhindern, dass wir da hinkommen das sehe ich aber gar nicht so oder da habe ich sehr extrem was gegen Aber da die Arschlöcher schneller sind als wir muss ich das noch mal ein bisschen hinnehmen Wir werden jetzt meine Buttermilch aufmachen So Und jetzt muss ich sagen, dass es ganz schön laut auf meinen Kopf drin ist Aber mal drauf geschissen So Musidia Seid willkommen, Reisende Seid willkommen mit Musidia Das Stadt der Zauberer und Magia Cool Cool Und jetzt geht's noch nicht mehr so Auf Guys die richtigen final fantasy die ich spielen möchte darf werden werde werde also so 7 8 wollen so so da wo ich halt mit aufgewachsenen weißt du so alt bin ich nur auch nicht habe zwar schon mal alle gespielt teil ein bisschen angespielt moment bevor ich jetzt ich glaube wie sie ja müssen wir uns merken denn hier gibt es ja allerhand magies darf sagt das war eigentlich mal ein starker heilig zauber aber ich weiß gar nicht wie das hier ist ich muss es mal leiser drehen sobald er das wenigstens auf die worden eiskülle durch beibringen ich meine wenn ich sie habe ich habe ich sie dann kann ich mir das muss lernen lehren so zu kaufen schon antihirulizierte sondern dann kommt von anderen ich glaube das ist ganz in ordnung jetzt müssen wir erst mal oder ich möchte erst mal den ganzen leute das beibringen so schlafen wir neun stück ist auch klar medica kann das kann man das aber auch ich glaube ich mache das ein bisschen blind die ganze zeit aber ich glaube es gar nicht mir relativ egal eigentlich schon zu geben dass mich das nicht groß interessiert der nicht so viel im angebot hat das ärgert mich so das kann so bleiben hier ist noch was ich werde das nun im handel hat war ein bisschen peinlich finde ich so bestimmt nicht nämlich die wir haben sehr sehr wichtig für mich so du fühlst wieder wieder aufstocken so schon vor einiger zeit ging ein magier namens minu zum turm ihr sollt euch ebenfalls sputen zu welchem fucking turm hier ist so ein ding wieder blieben ihr wollt das banzige des turms aufheben nun es scheint als wäre die zeit gekommen wir werden euch nicht daran behindern doch zunächst benutzt ihr zwei masken dann sucht in der höhle auf einem diesen kontinuierten kristallstab eine leere hütte seltsam mitten auf dem meer auf einer kleinen insel werde ich die schwarze maske finden das magische ein ganzer weiß maske wie komme ich dahin die stelle lässt dann nehme ich jetzt nicht wieder schwarzen ähm ich weiß nicht ah der Schutzkettel wurde die weiße Maske aufgesetzt ja jetzt hier war dieses haus richtig er scheint als er die zeit reifend man es kommt aufzunehmen den habe ich schon angesprochen was er mit zu sehen liest und lernen es gibt nur alte bücher in denen viel geschrieben steht da hat man kann dass man sie des tons aufheben hier ist die schutzgöttin des geteiltstab sie ist die schutzgöttin des geteiltstab ein moment bitte ich muss ich möchte jetzt mal kurz nach und zwar ich möchte mich kurz mal von mir so wir sind bei musik vollkommen falsch wir müssen nämlich erst auf das ist wirklich falsch müsst erst mal die schwarze maske finden so sieht das mal aus ich möchte einmal wissen wie der eisbogen rein haut wir müssen erst mal auf die südinsel mit dem ozern und dort die schwarze maske zu eigen machen und da müssen wir zum musik also zu denen ja nicht gerade sagte wie sie ihr käfer so weißt du gut das heißt du musst jetzt können wir gucken was sagt das raushaut 25 naja gut dafür ist das noch nicht gelevelt ist trotzdem wenig warum ich es in allen dreien gemacht habe ganz einfach weil wer denn eigentlich stark gewesen ich hätte bei den anderen drei das verpennt diese 35 und auch nicht die welt aber aber egal dann hätte es bei anderen genauso viel schaden gemacht oder hätte ich jetzt hätte ich verpennt dann hätte ich halt ihnen keinen schaden gemacht weißt du aber egal okay das ist nicht so effektiv wie ich mir vorgestellt habe machen wir mal feuer wie sieht das mit feuer aus dann muss feuer ja eigentlich voll abgehen ja geht aber ich soll mich auf die südinsel soll ich mich wohl fühlen dürfen denn da gibt es gegner die schwäche sind als die als ich es als ich es erkenne ihr könnt euch vorstellen wie ich mich darüber gefreut habe aber diese puddings gehen mir so auf die eier ohne spaß 806 in dein gesicht die 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 ins Gesicht immer wieder so nee nein doch nicht so darum darum fuck wie kommt jetzt schon wieder land fahrscht nicht doch tatsächlich bin da gut wir müssen einmal kurz rumfahren noch was kurz die ganze bucht fahrten taucher der eispunkt macht aber nicht zu viel stammbo du bist du wirklich komm mal bei der nördlich das ist die spitze, dann kommen wir gleich mit Deist look, die siehschlange what the fuck lecker buddermilch, Junge das ist mir schon zu oft passiert das ist einfach zu schnell schalte da, 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 da so, müsst ihr irgendwie, das ist, da ist da, 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 da dann müssen wir da oben, gleich in diesem, ja, genau und, das ist das, damit es ein bisschen war das so das ist einfach mal, das ist mir da, jetzt kommen wir rein